Doris Klein hat Jahrzehnte mit ihrem Mann in dem eigenen Haus gelebt. Viele Treppen, auch in den Garten, machen ihr nun im Alter das Leben schwer. Du musst dich hier nicht mit so vielen Sachen rumschlagen. Wenn ich so alt wäre, wäre ich froh, ich hätte all diesen Stress nicht mehr. Wenn man alt ist, ist man halt verwurzelt, ist ja im Heim. Ist es egoistisch gewesen, ihr das Heim zu empfehlen? Es ist so wie eine Rabentochter, die ihre arme Mutter jetzt ins Heim abschiebt.